2.0 vorstellen, was an der Hochschule Makromedia für uns durch die KI-Integration der Schlüssel zur Transformation der Gesamthochschule darstellt. Wir werden heute Einblicke geben in die Basis, wo das herkommt, in das, was wir zurzeit tun und auch so ein bisschen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir, das sind Joschka Mütterlein, unser Vizepräsident für Lehre- und Professurenentwicklung, Elisabeth Sandow, unsere Head of Learning Management Systems bei der GGEG, das ist die Global Education, Galileo Global Education Group Germany, zu der wir gehören als Makromedia. Und mein Name ist Evelyn Kästner, ich bin Dekanin der Fakultät für Kultur, Medien und Psychologie. Und die vierte im Bunde ist heute leider nicht mit dabei, das ist die Tamara Ranner, die verantwortet als Head of Blended Learning und Online unser Content-Entwicklung im Blended Learning-Bereich. Die ist gerade auf der EMMA und präsentiert zeitgleich, kann deswegen also nicht dabei sein. Also nochmal herzlich willkommen, wir freuen uns auf den Vortrag. Zweimal weiterklicken, bitte. Es ist immer schwierig, wenn mehrere Präsentatoren sind, sozusagen. Ich möchte zunächst erstmal kurz einen kleinen Hintergrund darüber geben, wer wir eigentlich sind, wer die Hochschule Makromedia ist, wie wir aufgebaut sind, weil das so ein bisschen auch die Grundlage dafür ist, warum wir uns mit einem solchen Digitalisierungs- und KI-Projekt überhaupt beschäftigen. Die Hochschule Makromedia ist eine Multicampus-Hochschule in Deutschland. Das heißt, wir haben nicht einen Standort, sondern haben zehn verschiedene Standorte. Es kommen jetzt zum Wintersemester weitere dazu. Wir sind aber eine Hochschule. Das heißt, wir unterrichten die gleichen Studienprogramme an allen Standorten. Die Studierenden sind alle der Gesamthochschule zugeordnet. Das sind die ProfessorInnen, von denen wir ungefähr 140 haben, ebenfalls. Und dieses Paradigma dieser Multicampus-Hochschule hat uns schon sehr früh dazu gebracht, über Blended Learning nachzudenken und das auch umzusetzen, weil wir natürlich nicht nur campus-spezifisch lokal unterrichten können, sondern unsere Synergien, unsere Expertisen, die wir an der Hochschule haben, natürlich auch übergreifend und zentral gerne nutzbar machen wollen. Deswegen haben wir vor mittlerweile schon fünf Jahren, es war vor Corona, haben wir damit angefangen, ein Didaktik-Konzept entwickelt und eben den schönen Namen Empower gegeben, weil wir unsere Studierenden und auch unsere Lehrenden damit empowern wollten, eine gute Blended Learning Lehre zu machen. Dieses Didaktik-Konzept, was wir entwickelt haben, gibt den Rahmen vor, mit dem wir analoges und digitales Lernen so kombinieren, dass es mit Blick auf die Lerninhalte, auf die Lernziele ein didaktisch sinnvoller Mix ist. Im Wesentlichen besteht es darin, dass wir drei unterschiedliche Durchführungsformen unserer Lehre identifiziert haben, die in Abhängigkeit von den Lernzielen, von den Kompetenzniveaus zu erreichen sind und von den Inhalten dann eben so einplanen, dass die Studierenden einen sinnvollen Mix haben. Das heißt, die haben ein bisschen Selbstlernaktivitäten, die haben virtuelle Kontaktzeit und die haben eben natürlich auch On-Site-Sachen. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir ein zentrales System haben und das haben wir aufgebaut mit Blackboard, was wir später auch noch vorgestellt bekommen werden, was wir nutzen können, wenn wir ein solches zentrales System haben, in dem Inhalte zumindest erst mal digital da sind, verfügbar sind, bearbeitbar sind und Studierende auch interaktiv über die Campus hinweg miteinander und mit den Dozierenden und mit den Lernenden in Austausch treten können. Das ist die Basis, die wir hatten. Wir sehen das hier nochmal in der Kombination. Ganz üblicherweise haben wir die gleichen Lehrformate wie alle anderen Hochschulen auch, Vorlesungen, Übungen, Seminare und Workshops. Und nach bestimmten Kriterien können die eben in diesen drei Durchführungsformen umgesetzt, geplant und durchgeführt werden und eben so eine sehr gute blended learning Erfahrung an der Hochschule Makromedia erreichen. Wir sind für diesen Ansatz, der natürlich genauso auch für die Planungsseite, für die Service-Seite von Relevanz ist, der für die IT-Seite von Relevanz ist und der insbesondere natürlich für die akademische Seite von Relevanz ist, jetzt erst kürzlich mit dem Excellence in Digital Teaching Award ausgezeichnet worden, was uns sehr freut. Aber natürlich wollen wir auch weitergehen. Wir wollen nicht nur mit einem guten, digitalisierten, blended learning, didaktik Konzept arbeiten, sondern wir sehen auch die Notwendigkeit, dass wir weitere Synergien, weitere Effizienzpotenziale, weitere Nutzen, Zusatznutzen auch heben können, wenn wir hier künstliche Intelligenz in dieses Modell integrieren. Und deswegen haben wir das Projekt Empower 2.0 aus der Taufe gehoben und sind jetzt eben dabei, das Stück für Stück und in vier verschiedenen Ebenen einzuführen. Diese vier Ebenen würde ich ganz kurz nochmal anreißen, bevor wir dann im Einzelnen im Detail darauf eingehen. Wir fokussieren uns im Wesentlichen auf vier Bereiche, in der die künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Formen integriert wird, um Zusatznutzen zu generieren. Die erste Ebene ist natürlich die KI-Nutzung durch Studierende und Lehrende. Das ist sinnvoll und notwendig, insbesondere seit ChatGPT für alle verfügbar ist und alle anderen wunderbaren KI-Tools, aber es gibt ja auch noch weitere, die man in diesen Lehrbereichen, in diesem akademischen Bereich sinnvoll einsetzen kann. Die zweite Ebene ist die KI-Integration ins Learning Management System. Hier haben wir das Glück, dass wir mit Blackboard ein sehr innovatives System haben, die sehr voranschreiten, mit denen wir sehr stark im Austausch stehen. Das wird uns die Elisabeth Sano dann auch gleich nochmal ein bisschen näher erklären. Notwendig wird dadurch auch eine Anpassung des Rollenmodells für Professorinnen. Auch darauf werden wir dann später nochmal ein bisschen genauer eingehen, was das bedeutet, wenn wir eben diese Flexibilisierung haben, wenn wir andere Prozesse haben, was das eben für das Rollenmodell der Professorinnen bei uns bedeutet. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, die Studiengangsarchitektur nochmal zu überarbeiten, um diese Flexibilisierung, die insbesondere ein Nutzen davon ist, von dieser KI-Integration auch einen Raum zu geben. In diese vier einzelnen Bereiche werden wir jetzt einsteigen. Und ich würde jetzt zunächst erstmal an den Joschka Mötterlein übergeben, der uns die KI-Nutzung durch Studierende und Lehrende nochmal ein bisschen näher bringt. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung, Herr Berlin. Ich bin auch gerade auf der EMMA-Konferenz, der European Media Management Association-Konferenz in Holland und über das EDU-ROM zugeschaltet. Ich hoffe, die Verbindung hält. Fangen wir an mit einer Übersicht, was die KI-Nutzung durch Studierende und Lehrende genau bedeutet. Wir haben an unserer Hochschule schon vor einer ganzen Weile gesagt, dass wir die Studierenden KI nutzen lassen. Aber nicht nur das, sondern auch, dass wir sie in unterschiedlichem Maße aktiv dazu ermuntern, diese KI für Projekte und auch für Abschlussarbeiten einzusetzen. Wir denken, dass die Künstliche Intelligenz nicht was ist, was die Didaktik behindern kann, sondern wir sind der Meinung, dass wir mit innovativen Angeboten an die Studierenden herangehen können, die Didaktik mit KI fördern können, dass wir bessere Lehre anbieten können, individualisiertere Lehre anbieten können. Umgekehrt, bei den Lehrenden sehen wir auch, dass einige Arbeitserleichterungen möglich ist durch KI, aber dass auch eine Qualitätssteigerung möglich ist durch die KI, die wir beispielsweise bei der Content-Erstellung reinbringen können, bis hin zur Erstellung von Übungsaufgaben, nach Bloom's Taxonomie, zur Erstellung von Musterlösungen und andere Dinge. Natürlich muss man in diesem Zusammenhang, wenn es um Bewertungen geht, immer aufpassen, dass wir nicht zu sehr wie Bewertungen, in die automatisierte Bewertung von Studierenden reingehen. Deswegen auch der Hinweis, Achtung, EU-AI-Act, weil wir hier in der Bildungsbranche in einer Hochrisikobranche unterwegs sind, was den AI-Act angeht und wir hier sehr vorsichtig sein müssen, wie wir die Studierenden einbinden. Also es muss ein sehr umsichtiger KI-Ansatz sein, aber den wollen wir den Studierenden und Lehrenden zugutekommen lassen. Und das machen wir ganz konkret, wie auf der nächsten Folie dargestellt. Was haben wir denn gemacht? Wir haben uns schon länger mit beschäftigt, wie die Entwicklungen bei KI sind. Wir haben auch IT-Studiengänge, die die Entwicklung beobachtet haben. Und nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde Ende 2022, haben wir direkt im Präsidium eine Entscheidung herbeigeführt, dass wir den KI-Einsatz fördern wollen und den auch in konkrete Prüfungsregularien überführt. Für das Sommersemester letztes Jahr 2023, dass der Einsatz von KI nicht nur erlaubt ist, sondern nach klaren Regularien möglich ist und gefördert ist. Und natürlich sagen wir das nicht einfach so, sondern wir haben dann auch Workshops angeboten für Studierende, für Lehrende. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was bedeutet es, wenn wir die Didaktik verändern? Denn Didaktik ist das Herz der Hochschule. Und wer die Didaktik verändert, der verändert auch, wie die Hochschule insgesamt funktioniert. Und das bedeutet, wir müssen Strukturen betrachten, wir müssen Studiengänge betrachten, wir müssen schauen, wie Lehrende und Studierende interagieren, aber auch, was denn die Rollen der jeweiligen Personen sind. Und das sind dann Komponenten, die in diesem Puzzle, das über den vorher gezeigt hat, so ineinander greifen und die wir jetzt auch noch vorstellen werden. Auf Basis der Erfahrung im Sommersemester haben wir dann den KI-Einsatz auch verpflichtend gemacht für manche Module, aber da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt erst mal die Frage, was passiert denn, wenn man KI erlaubt? Also, falls Sie hier als Aktivzuhörende oder später auf YouTube sich das angucken und an einer Hochschule tätig sind, die sich denkt, KI sollten wir auf gar keinen Fall einsetzen, weil unsere Studierenden damit nur seltsame Dinge tun, die gar nichts mehr lernen und sowieso die Studierenden nur KI zum Schummeln nutzen. Sie werden wahrscheinlich überrascht sein von dem, was Sie gleich hören. Und wir natürlich auch an dem White Paper verarbeitet haben. Der Link ist oben auf dem Slide. Elisabeth hat es schon in den Chat gestellt. Vielen Dank, Elisabeth. Also, wir haben nach dem Erlauben von KI für die Studierenden und nach der Veröffentlichung von Regularien, wie KI genutzt werden kann, reflektiert und transparent genutzt werden kann, sodass wir das auch bewerten können, haben wir über 10.000 Projektarbeiten und fast 600 Bachelorarbeiten analysiert und dabei haben sich fünf Kategorien von Studierenden ergeben, die so die Arten aufzeigen, wie Studierende KI nutzen. Die erste Kategorie sind die Zögerlichen, die die KI für sich nicht nutzen aus unterschiedlichen Gründen. Der Hauptgrund ist, der Aufwand, der dahinter steckt, ist für den Studierenden, für die Studierende individuell nicht höher als der tatsächliche Nutzen. Die pragmatischen nutzen KI beispielsweise zum Korrekturlesen, lassen mal eine kleine Sprachkorrektur drüber laufen, auch zum Übersetzen, aber in sehr kleinem Maße. Dann gibt es die Innovativen, die die KI in großem Maße nutzen, die komplette Textpassagen erstellen lassen, beispielsweise Abbildungen erstellen lassen. Was wir aber auch haben, sind immer noch, obwohl KI erlaubt ist, die Schummler, die versuchen, den Einsatz von KI zu kaschieren, auch wenn er erlaubt ist. Und dann sind wir noch bei der fünften Kategorie der Studierenden, die verpeilten, die KI einsetzen könnten, aber es trotz unserer Workshops und Maßnahmen nicht mitbekommen haben, dass die KI genutzt werden darf und soll. Hier ist ein Kommentar im Chat, dass nicht geglaubt wird, dass die beschränkte Sicht auf KI-Prüfung bei einer Hochschulleitung vorhanden ist. Ich war gerade hier heute Morgen erst im Panel bei der European Media Management Konferenz mit bestimmt 40 Teilnehmern, Teilnehmerinnen von verschiedenen Hochschulen, wo sehr deutlich rauskam, dass diese Sicht bei vielen Hochschulen sehr verbreitet ist, wo teilweise Digitalisierungsinitiativen noch niemals so weit vorangetrieben sind, dass künstliche Intelligenzinitiativen vonstatten gehen können. Insofern, ja, diese Sicht ist noch verbreitet, aber es geht ja hier nicht um diese Sicht, sondern es geht um die gegenteilige Sicht. Genau, wir haben diese KI-Einsatz bei uns analysiert mit diesen fünf Kategorien, die wir gefunden haben und wir haben festgestellt, Innovatoren sind nur 2,4 Prozent der Abschlussarbeiten, was uns sehr überrascht hat. Also wir dachten, dass die Studierenden KI in viel größerem Maßstab einsetzen würden. Wir dachten, dass es ein Hilfsmittel ist, das in der Breite genutzt werden wird. Das ist aber so nicht passiert. Was wir auch nicht gesehen haben, ist, dass im großen Maßstab die Qualität steigt durch die Arbeiten, wenn man anschaut, wer alles durchfällt durch die Prüfungen. Das sind dann ungefähr vergleichbare Zahlen, wie wir es bisher auch hatten. Gut. Joschka, jetzt eine Frage im Chat, wie die Erkenntnisse gewonnen worden sind. Aus den Arbeiten kann man die Nutzung nicht zweifelsfrei erkennen, ist ja die Frage im Chat. Die Nutzung, aus den Arbeiten kann man die Nutzung nicht zweifelsfrei erkennen, stimmt eingeschränkt, weil wir in unseren Regularien eingeführt haben, dass ein KI-Verzeichnis angelegt werden muss, wie ein Literaturverzeichnis, dass am Ende der Arbeit noch ein KI-Verzeichnis kommen muss. Nach bestimmten Richtlinien, die Studierenden müssen sagen, welche KI sie genutzt haben, für welche Passagen in der Arbeit sie die KI genutzt haben, mit welchen Intentionen sie die KI da bedient haben, also quasi welche Prompts sie eingegeben haben, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und dann kann man den Prozess der Erstellung der Arbeit mit KI mit dem Ergebnis zusammenführen. Also das geht ein Stück weit schon. Aber wir kommen gleich noch zu den nächsten Ergebnissen, denn auf Basis dieser begrenzten Akzeptanz von 2,4 Prozent der Abschlussarbeiten, die es tatsächlich ansetzen, haben wir uns in manchen Modulen gesagt, gerne auf die nächste Folie, dass wir KI verpflichtend machen müssen in manchen Modulen und haben dann in einem Modul, Digital Technologies als Beispiel, haben wir KI verpflichtend gemacht. Das bedeutet ganz konkret, wir zwingen die Studierenden, KI einzusetzen, indem wir Punkte abziehen für Studierende, die die KI nicht nutzen. In dem Fall ist eine Projektarbeit die Prüfungsleistung und bei dieser Projektarbeit kriegen Studierende bis zu 100 Punkte. Fünf Punkte im letzten Wintersemester dafür, die KI zu nutzen, um Text zu generieren, mindestens zwei Seiten und fünf Punkte für eine Abbildung, die mit KI erstellt wird, was sinnvoll in den Text eingebunden werden sollte, wie berichtet über das KI-Verzeichnis. Und das Digital Technologies-Modul eignet sich sehr gut für den Vergleich, weil wir in der Prüfungsleistung und in dem Modul wenig Veränderungen hatten in den letzten drei Jahren. Das heißt, die letzten drei Wintersemester wurde es in recht identischer Form angeboten. Was sich verändert hat, ist, was im Umfeld passiert ist, nämlich, dass wir im Wintersemester 21, 22 keine KI zur Verfügung hatten, die diese Möglichkeiten hat, Texte und Abbildungen zu erstellen wie heute. 22, 23 war es bei uns möglich, aber wurde noch nicht in der Breite genutzt. Und jetzt haben wir sie, die Studierenden dazu gezwungen. Und auch da gibt es interessante Ergebnisse, wobei als Disclaimer man dazu sagen muss, die 5,0 Ergebnisse, also diejenigen, die durchgefallen sind, haben wir nicht mit reingerechnet, weil wir im Wintersemester 21, 22 Studierende wegen den Umständen der Corona-Pandemie hatten, die kaum 5,0 erhalten haben. Also wir waren hier recht vorsichtig mit Durchfallenden. So, und dann schauen wir mal die Leistungen an, wie sich das verändert mit diesen Studierenden. Das ist im Wintersemester eine Durchschnittsnote von 1,66, die wir hier noch hatten, also die Durchfalle alle nicht reingerechnet, dann mit KI möglich, aber noch nicht gezwungen, 1,62. Und wenn man die Studierenden zwingt, KI einzusetzen, bleibt die Note, die rauskommt, quasi konstant. Also wir sehen hier keinen Einfluss von KI-Nutzung auf die Qualität der Arbeiten, wie gemessen durch die Abschlussnoten, die die Studierenden bekommen. Was wir allerdings sehen, ist, dass die Studierenden die Akzeptanz von KI deutlich verbessert haben. 72 Prozent der Studierenden haben KI genutzt. Man könnte es aber auch negativ darstellen und sagen, 28 Prozent unserer Studierenden verlieren lieber 10 von 100 Punkten, als die KI zu nutzen. Und das, obwohl es in der Veranstaltung um künstliche Intelligenz in einer Vorlesung geht, obwohl wir drei Übungseinheiten gemacht haben, zu dem Thema, wie die Projektarbeit zu erstellen ist und eine des Übungseinheiten sich mit Prompting beschäftigt hat, also live vor Ort, unter Anleitung, hätten die Studierenden hier die KI für ihre Projektarbeit einsetzen können. Unter diesen Umständen verzichten trotzdem noch fast ein Drittel der Studierenden lieber auf die Punkte, als KI zu nutzen. Und das zeigt sehr, sehr deutlich, dass wir hier Nachholbedarf bei Studierenden haben, dass KI kein Wunderwerkzeug ist, dass die Didaktik in der Masse einfach so verändern wird, sondern wir müssen hier als Hochschulen uns Gedanken machen, wie bringen wir dieses Werkzeug, denn das ist es an unsere Studierenden so wie alle anderen Werkzeuge auch. Und das braucht neue didaktische Ansätze. Wer diese Dinge nachlesen möchte, sieht die detaillierten Methoden und Ergebnisse im White Paper. Da sind auch noch weitere Ergebnisse drin. Hier der Link und im Chat ist schon der detaillierte Link drin. Das sind auch ein paar Fragen, die jetzt im Chat gestellt wurden. Werden Sie sich auch da über das White Paper erklären? Mit Blick auf die Zeit würden wir jetzt auch vorschlagen, dass wir tatsächlich noch ein bisschen durch die Präsentation gehen und am Ende dann gerne nochmal die Fragen auch aufgreifen. Genau. An der Stelle würde ich jetzt übernehmen. Und zwar würde ich hier einmal kurz den sogenannten AI Design Assistant von Blackboard Learn Ultra vorstellen. Elisabeth Sandow, Head of Learning Management Systems. Und ein solches ist Blackboard Learn Ultra. Ist vielleicht hier nicht so bekannt, aber das ist im anglo-amerikanischen Raum sehr verbreitet. Das, was man hier vielleicht als Moodle oder Elias oder ähnliches kennt. Wir hatten im August 23 die ersten offiziellen Releases mit dem AI Design Assistant in Blackboard. Es ist nicht so, dass wir vorher nicht schon Funktionen drin hatten, aber da war dann es soweit, dass sie dem Schätzchen auch einen Namen gegeben haben und eben uns das erste Mal wirklich gesagt haben, hier, das sind die Funktionen, die wir jetzt haben. Es hat sich, man hat sich da viel Zeit genommen, auch dafür zu überlegen, wie ist unser Ansatz für künstliche Intelligenz, weil das ist ja nicht ganz ohne zu sagen, okay, wir erstellen Inhalte mit künstlicher Intelligenz. Deswegen war hier, was uns das englische Zitat hier sagt, ganz wichtig, dass immer die Instructors, also die Lehrenden in Control sind, dass die immer im Driver's Seat sitzen, also dass sie die sind, die tatsächlich die Kontrolle darüber haben. Und es vor allem darum geht, die Erstellung von Inhalten zu vereinfachen, es mehr, es spaßiger zu machen, es kreativer zu machen und so tatsächlich die Lehrenden zu unterstützen. Das heißt, der Ansatz war hier von vornherein so, wir nehmen nicht einfach irgendwelche Funktionen und die werden jetzt ganz schnell mit KI umgesetzt, weil KI kann ja jetzt alles. Kann es nicht, wird es nicht. Und es gibt KI ja auch nicht erst seit November 2022. Insofern war es ein interessanter Ansatz. Es wurde direkt begleitet mit dem sogenannten Trustworthy AI Approach. Das heißt, es gibt ein Board, das darüber entscheidet, welche Funktionen umgesetzt werden, wie sie Funktionen umgesetzt werden. Die Kunden von Blackboard, beziehungsweise Anthology, der Besitzerfirma, entscheiden auch sehr stark mit oder nehmen großen Einfluss darauf. Und es war von vornherein so, dass man sich an den gesetzlichen Vorgaben orientiert hat. Der europäische AI Act war auch für diese amerikanische Firma von vornherein ein entscheidendes Kriterium, logischerweise. Die Zusammenarbeit ist hier die mit Microsoft. Das heißt, was verbaut wird, ist tatsächlich JetGPT, damals 3.5, inzwischen 4. Es ist so, was gemacht wurde, ist das Lernmanagement-System zu erweitern, um KI-Funktionen. Das heißt, man kann direkt im Lernmanagement-System KI-Funktionen nutzen, um ansprechende Lehrinhalte zu generieren. Es steht noch nicht den Studierenden selber bereit. Und das ist auch eher eine Diskussion, ob es das soll oder nicht. Insofern hat man damit begonnen, das war das erste, die Self-Assessments, also kleine Quizze, Tests, etc. zu erstellen. Und ist dann weitergegangen mit verschiedenen Funktionen. Ich habe das hier auch mal etwas aufgelistet. Das ist auch ungefähr zeitlich das, wie man angefangen hat. Es ist einmal der erste Schwung im August 23 war die automatische Erstellung von Tests, Quizzen, Self-Assessments, wie auch immer man es nennen möchte. Dann die Rubriken oder Rubriks im Englischen können ebenfalls mit KI erstellt werden. Und auch eine Struktur innerhalb eines Lernmoduls kann mit sehr, sehr wenigen Informationen tatsächlich eine sinnvolle Struktur von Lernmodulen inklusive einer Beschreibung und einem Bild mit, ja, erstellen. Wobei eben nicht Inhalte erstellt werden. Es ist nur die Struktur. Die, ähm, ebenfalls mit in dem Paket war das Einbinden und Erstellen von Bildern mit Hilfe von KI, aber auch, und das ist weniger KI, ähm, ist das einfach eine Datenbank, eine freie mit integriert worden, wo man sich die Bilder aussuchen kann. Ich glaube, das wird stärker genutzt. Im, äh, letzten Dezember, äh, also, ja, 23 war das, ähm, auch, ähm, wurden Diskussionen und, ähm, sogenannte Aufforderungen für Tagebücher, äh, so Journals oder vielleicht auch bekannt als E-Portfolios, äh, können jetzt auch mithilfe der KI erstellt werden. Die, ähm, und was dann direkt folgte, waren die Kontextauswahl. Da werden wir gleich kurz was sehen. Äh, man kann eben schon sagen, nicht nur, bitte sag mir was zu diesem Thema, sondern man kann auch sagen, bitte erstell mir jetzt etwas auf Grundlage dieses Dokuments, das ich hier in Blackboard habe. Und diese Kontextauswahl funktioniert genauso für Lernmodule, für, ähm, Aufgaben, Aufgaben im Sinne von, ähm, äh, wirklich Übungen, äh, genauso auch Diskussionen und Tagebüchern und auch eine Sprachauswahl gibt es inzwischen, sodass man sagen kann, erstelle die Fragen in Latein. Latein. Ich glaube, Latein ist gerade nicht dabei. Wie sieht das dann aus? Ähm, das sieht so aus, ich habe hier einen, einfach mal kurz das ein bisschen gezeigt, ähm, die, äh, man wird sich das später auch noch zoomen können. Ähm, es ist so, wir haben, äh, eine Möglichkeit, die Fragen zu erstellen. Man kann eine kleine Beschreibung reinmachen, man kann sagen, auf welcher Grundlage, welchen Kursinhalten das erstellt werden soll, welche Fragentypen genutzt werden sollen oder eben auch, ähm, welche Komplexität das haben soll. Da gibt es eine Aufschlüsselung für, wie viele Fragen und auch der Output und die Output-Language kann ich mehr erstellen. Und dann werden, ähm, also hier sieht man nochmal, wie ich mir wirklich was suchen kann, welche Inhalte das sein sollen und dann werden am Ende eben Fragen daraus erstellt. Genauso funktioniert das auch bei Aufgaben. Was man hier jetzt nochmal ganz schön sieht, ist, dass es eine kognitive Ebene gibt, die ich auch, ähm, mir entweder aussuchen kann oder man macht es wie ich und lässt sich einfach nur inspirieren. Ähm, das ist für uns sehr wichtig, sodass man da auch weiterhin eben in der Blumschentaxonomie weiter arbeiten können. Damit bin ich durch. Dankeschön. Dann angesichts der Zeit eine Minute jetzt. Es leid, machen wir mal ganz schnell noch das Rollenmodell der Professorinnen. Ich habe es ja schon angesprochen, dass wir Didaktik als Herzstück sehen von dem, was eine Hochschule ausmacht. Und wenn wir die Didaktik verändern, verändert sich das auch, wie Professorinnen, wie unsere Lehrenden arbeiten. Wir sehen Möglichkeiten, wie KI Arbeit abnehmen kann. Wir sehen, wie KI individuelle Stärken und Interessen von Professorinnen fördern kann. Und auf der nächsten Folie sieht man noch etwas besser, was das denn konkret für uns bedeutet. Nämlich, wir haben bisher relativ detaillierte Regelungen zum Anteil der Arbeitszeit, der auf bestimmte Teile verwandt werden soll. So eine Art idealtypisches Rollenmodell von Professorinnen. Und das wollen wir flexibilisieren, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, durch unseren KI-Ansatz, wir können Dinge automatisieren, denn Professorinnen werden von Lehrenden eher zu Coaches, können administrative Aufgaben abgeben, Aufgaben in der Content-Erstellung abgeben und bekommen KI-Assistenten an die Hand, mit denen sie Arbeitserleichterung bekommen, wo sie Dinge auslagern können und mehr Zeit für die Studierenden, für die Lehrenden, für Forschung, Business Transfer haben, was auch immer. Und das ist der nächste Punkt. Es geht nicht mehr darum, dass ein Professor, eine Professorin alles möglichst in vollem Umfang macht, sondern wir hier ein Portfolio an Professorinnen, an einer Hochschule haben, die gemäß ihrer individuellen Stärken und Interessen Dinge tun können. Und da wollen wir hinkommen. Gleichermaßen wollen wir das auch bei den Studierenden anbieten, diese Flexibilisierung und Individualisierung. Wir haben deshalb vor einem Jahr gestartet, ein großes anderes zweites Projekt, was sehr stark damit zusammenhängt, nämlich die Studiengangsarchitektur. Dahingehend zu arbeiten, dass wir nicht mehr nur vorgegebene Studienrichtungen innerhalb eines Studienganges haben, wo die Studierenden sich von vornherein festlegen müssen, sondern dass wir ihnen im Rahmen der Möglichkeiten viele mögliche Electives anbieten, je nach Interessenlage, die sie entweder spezifisch für eine Studienrichtung auswählen können oder aber, wenn sie ein breiteres Interesse haben, eben auch in andere Studiengangsmodule mit reinschauen können. Deswegen ist es aber besonders wichtig, dass wir schauen, dass die Inhalte auch aufeinander aufbauen, dass Studierende, die aber eben nicht diesen Aufbau haben, sondern sich Electives frei wählen, trotzdem die Möglichkeit bekommen, individuell unterschiedlich multimodal mit den Inhalten zu arbeiten. Und an der Stelle wird uns KI enorm helfen, andere Lehrformate auch zu entwickeln, also Lehrlernmittel zu entwickeln, ihnen anderen Zugang zu den gleichen Inhalten zu ermöglichen und damit diese Flexibilisierung und Individualisierung des Lernprozesses eben auch auf der Studierendenebene mit dieser Studiengangsarchitekturreform umzusetzen. Das war jetzt sehr, sehr kurz, aber vielleicht auch nochmal eine gute Zusammenfassung, dass es eben auf unterschiedlichen Ebenen gut passiert. Um es noch zusammenzufassen in den letzten Sekunden. Wir glauben, dass unser Projekt Empower 2.0 nicht nur eine technologische Innovation ist an der Hochschule, sondern tatsächlich auch die Nachhaltigkeit unserer Gesamthochschule prägen wird. Wir haben als Mission und zwar auch schon vor diesem Empower 2.0 Projekt uns vorgenommen, dass wir unsere Studierenden für eine sustainable future empowern wollen. Das heißt, wir wollen sie natürlich auch hinsichtlich ihrer Employerty empowern, wirklich auch KI-Kompetenzen im Studium entwickeln zu können unter Anleitung und eben diesen reflektierten Umgang mit KI-Tools auch wirklich mitzunehmen. Und gleichzeitig wollen wir als Hochschule innerhalb der Global Galileo Education Group auch Pionier für Education sein und möchten hier wirklich vorangehen und neue Dinge auch ausprobieren im Rahmen aller legalen Rahmen, die wir natürlich haben, wie es jetzt im Chat auch nochmal betont wurde. Wir haben hier eine Vorreiterrolle innerhalb der Gruppe übernommen, was die KI-Integration betrifft. Auch darüber hinaus, auch international, wie der Joschka Mütterlein uns gerade berichtet hat, sind natürlich aber auch noch im Prozess. Das heißt, wir sind sehr zuversichtlich, dass das ein ganz tolles Projekt wird und freuen uns auf Ihre Fragen und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gut. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Wir haben auf jeden Fall den Hinweis, Sie waren out of time. Insofern sind wir durch mit der Präsentation. Wir haben für viele Dinge, die noch gefragt werden können, haben wir das White Paper. Da steht auch nochmal einiges drin. Insofern gerne das White Paper nochmal konsultieren. Und ansonsten vermutlich einen schönen Tag und die Session wird bestimmt auch bald von den Moderatorinnen hier abmoderiert. Machen Sie es gut. Herzlichen Dank. Tschüss.